Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn, Joshua, Maschia, unser Herr und unser Elohim. Halleluja! Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua, Maschia, unser Herr und unser Elohim. Halleluja! Joshua, ich preise deinen Namen. Danke für diesen Moment. Amen. So, ich grüße euch nochmal. Ich möchte uns also alle heute im Namen des Herrn ermutigen. Unser Herr Joshua, Maschia, zu folgen. Halleluja! Wir sagen, zurück zum Wort, zurück zu Joshua, Maschia. Zurück zum Wort bedeutet einfach, zurück zum Evangelium. Halleluja! So, ihr wisst schon, liebe Geschwister, wie die Situation gerade ist, wie die Welt, wie diese Welt ist, also dass alles runtergeht, dass das Leben sich nicht wirklich verbessert. Die Menschen werden immer ärmer und ärmer und ärmer, das Leben wird immer teurer und teurer. Die Gemeinde, die Christen entfernen sich also von Wort des Herrn. Und darum sagen wir, zurück zum Wort. Halleluja! Gut, ich mache diese Lehre, weil ich, also, ich habe ein bisschen so ein Gespräch, also mit ein paar Leuten erinnert, wo einfach Leute haben mich also Fragen gestellt, so etwas wie, ja, warum bist du, was macht ihr, welche Art von Christen seid ihr und so weiter. Und in dem Gespräch hatte ich einfach gesagt, also, und das sage ich also immer wieder und wieder an Leute, wenn, wenn diese Frage gestellt wird. Ich bin ein Christ. Und man merkt schon, also, dass diese Antwort, also, einfach, also, zu sagen, dass man also ein Christ ist, man merkt schon, also, dass es einfach nicht mehr reicht. Es reicht nicht. Man will also mehr. Ja! Sie sind Christen. Welche Christ, welche Art von Christen? Ja, welche, welche? Liebe Geschwister, wenn wir sagen, zurück zum Wort, zurück zu Jehoshua-Mashia. Sagen wir einfach, dass wir zurück zu Evangelium gehen. Da drin gibt es Christen. Aber die Christen da drin sind nicht evangelisch, nicht Katholiken, nicht Zeugen Jehovas oder so, nicht Pantekutist oder nicht, ja, ist einfach Christen. Und dieser Begriff, also, Christen reicht einfach nicht mehr. Die Leute wollen mehr und mehr und mehr und, und, und dann, ja, Christ, okay. Wenn man also nichts sagt, ja, ich bin nur ein, ich bin ein Christ, okay, welche Kirche gehst du? Ja, wer ist dein Pastor? Ja, welche Gemeinde? Christ zu sein, reicht einfach nicht mehr. Weil es einfach zu, eine starke Verwirrung unter den Christen gibt, dass man sich schwer nur als Christ bekennen kann. Christ zu sagen, ja, da muss man also noch, noch tiefer gehen und das noch, noch erklären. Ich gucke mal also heute Christ-Definition, die Definition also auf, äh, im Wörterbuch. Halleluja. Ich mache das größer. Also, in Google habe ich einfach Christ angegeben, Christ-Definition. Da steht, Christ, männliche Person, die sich also als Getaufte zum Christentum bekennt, Einhänger des Christentums, ein Gläubiger, überzeugter Christ. Also, und da gibt es noch unten ein paar Definitionen. Was bedeutet das, ein Christ zu sein? Ein Christ zu sein, bedeutet für die Heiligen der letzten Tage ein Nachfolger, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein und ihn vor allen anderen zu lieben und zu verehren. Es bedeutet, Christus zu achten und das Leben an seiner Lehre auszurichten, wie sie im Neuen Testament stehen. Es gibt auch, äh, ja, hier, das Wort Christ war ursprünglich, ursprünglich die Eindeutung von Christus, griechisch gesalbte Messias, bedeutet das. Dem schon im Neuen Testament genannten Hoheitstitel für Jesus. Also, das ist die Definition. Und jedes Mal, wenn man mich also die Frage stellt, also, was, äh, bist du ein Christ? Ich muss einfach sagen, ähm, ich bin ein Christ nach Definition und nicht nach Tradition. Warum? Weil, ähm, Christ sein, Christ sein hat einfach mit Jesus Christus zu tun, also Joshua Mashiach zu tun. Wir haben doch gerade gesehen, also die, 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 die Bedeutung, die Definition, also im Wörterbuch. Ich bin nicht mal also in die Bibel gegangen, aber im Wörterbuch, also was man von Christ versteht. Was steht da drin? Also, dass, äh, äh, Christ ist also jemand, der einfach Christus, also Jesus Christus folgt. Halleluja. Also, das heißt, Joshua Mashiach, Jesus Christus, ist die zentrale Figur, die zentrale Figur von Christentum. Ohne, ohne Joshua, ohne Jesus, gibt es keinen Christen. Halleluja. Aber, man trifft also ab und zu mal Leute, die sich also als Christ bekennen, weil sie einfach in einem Ort, ähm, oder in einer bestimmten Zone, ähm, oder, keine Ahnung, in ein bestimmtes Land geboren sind. Und, ja, ich bin ein Christ, weil meine Eltern Christ sind. Also, unser Land ist immer Christ gewesen. Wir sind alle immer Christ gewesen. Deswegen bin ich auch Christ. Aber, bekennen sie diese Leute, also, und man, und wenn man also irgendwie sagt, okay, was ist überhaupt ihre Beziehung mit Joshua Mashiach, Jesus Christus? Naja, wissen Sie, so tief bin ich nicht, also, ich glaube nicht ganz an, 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 an Jesus, und dann, kann man das einfach vergessen. Diese Person ist also einfach ein Christ, nach seinen Überlieferungen, also seine Traditionen. Aber ein bekennender Christ, ist er nicht. Nach der Definition. Liebe Geschwister, man trifft immer wieder, immer wieder solche, solche Leute. Ja, ich bin ein Christ. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Christ. In dem Gespräch, sagte ich einfach, ja, ich bin ein Christ, nach Definition. Die Definition vom Christsein bedeutet, eine Beziehung mit Joshua Mashiach zu haben, Joshua zu folgen, seinen Wort. Oder, ich bringe das nochmal. Es sind, das ist, ich mach's größer, Wörter, was ich da, was steht da? Ein Christ zu sein bedeutet, für die Heiligen der letzten Tage, okay, der letzten Tage, okay, die Heiligen, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein. Nachfolger Jesu Christi und ihn vor allen anderen zu lieben, also das heißt, seine Liebe zu Joshua Mashiach einfach bekennen und zu verehren. Und dann, es bedeutet, Christus zu achten und das Leben an seinen Lehren auszurichten. Halleluja. Also, es hat schon mit Joshua zu tun. Wie kann jemand überhaupt sagen, also ich bin ein Christ und will nichts, gar nichts mit Joshua zu tun haben? Wie soll das funktionieren? Gehen wir mal also in die Bibel. In der Bibel sieht man also, dass dieser Begriff Christus zum ersten Mal oder mich, ja genau, Christ sein zum ersten Mal in der Apostelgeschichte aufgetaucht ist. Halleluja. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 26. Und da steht in Vers 26. Und als er ihn gefunden hatte, also, das ist der Paulus, vielleicht soll man also ein bisschen weiter nach oben lesen. Halleluja. Vers 20. Warte mal. Okay. Vers 23. Und zwar dieser freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Elohims sah. Und er ermahnte alle, mit Herzen Entschluss beim Herrn zu verharen. Denn er war ein guter Mann und voller heiligen Geist und Glaubens und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugefügt. Barnabas zog aber nach Tarsus und Schaul also das ist der Paulus Schaul aufzusuchen. Vers 26. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Da geschah es mit ihnen, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammen kamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Halleluja. Dieser Begriff ist also zum ersten Mal in Antiochia entstanden. Weil die Leute, die Menschen, also die Leute dort hatten, gesehen, wie die Jünger gelebt hatten. Die Jünger von Joshua, Maschia. Und dann haben sie gesagt, ja, das sind Christen. Das sind Nachfolger Christen. Die leben nach der Lehre von Christen, von Maschia, Jeschua. Die folgen dieser Jeschua, Jesus Christus. Und deswegen wurden sie Christen genannt. Halleluja. Liebe Geschwister, diese ganze, diese verschiedene, verschiedene Gruppierungen, Namen und so, oh, das ist meine Gemeinde, das ist unsere Gruppe, das ist unsere Gemeinde. ist das für Joshua? Ist er im Zentrum? Die Leute sagen, ja, ja, wir sind, also wir bekennen uns, also für Joshua, Maschia, für Jesus Christus. Ja, wir folgen ihm. Aber habt ihr gesehen, wie viele Traditionen, also die diese Leute beherrschen? Viele sagen in vielen Gemeinden, nein, bei uns die Baptisten, machen wir so. Bei uns die Katholiken, machen wir so. Und bei uns die Pantekutisten, nee, wir funktionieren so. Und bei uns, bei uns, bei uns, bei uns. Wie ist das überhaupt bei Joshua, Maschia? Darum sagen wir die Leute, zurück zum Wort. Zurück zu Joshua. Joshua hat keine, es geht nur, es geht nicht um irgendwelche Vereine zu, also aufzubauen, irgendwelche Gruppierungen, Gruppen von Leuten, die sich also, so bekennen und wollen nicht, also mit, mit so, so und so zu tun haben. Joshua, habt ihr überhaupt das Leben von dem Herrn studiert? Habt ihr das Wort gelesen, wie er war? Er ist zu den Menschen gegangen. Er sagte, das Reich des Herrn ist in eurer Mitte. Die Rettung ist so nah gekommen. Du lebst in der Sünde und der Retter ist gekommen. Er sagt nicht, geh in diese Gruppe, geh in diese Kirche. Er sagt nicht, nein, du sollst also so werden, ein Mitglied, also von einem bestimmten Verein oder einer Organisation. Das ist nicht das Ziel. Joshua will die Menschen retten. Joshua will die Menschen retten. Vielleicht muss man also einfach, das Evangelium so einfach geben. Damit wir alle einfach verstehen, dass die zentrale Figur, unser Vorbild, unser Meister Joshua Maschia ist. Jesus Christus ist. Was soll denn das? dass man dass die Christen nicht mehr reden können. Alle bekennen sich also als Christen, aber die können nicht mehr reden, die können nicht mehr austauschen, die können nicht mehr so über das Wort des Herrn, die können einfach nicht. Weil jeder versucht seine Gruppe, seine Gemeinde, seine Traditionen so fest zu halten. Joshua sagte, wenn ich mich da, also in Matthäus, Matthäus Kapitel, Halleluja, Matthäus Kapitel 15, lesen wir mal das. In Matthäus Kapitel 15, Abvers 1, daraufhin kommen Schriftgelehrte und Pharisäer von Jerusalem zu Joshua und sagen, warum übertreten deine Jünger die Tradition der Ältesten? Denn sie waschen sich ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Also für sie das Wichtigste, es war so wichtig, die Traditionen der Ältesten zu folgen. Und so sind also viele von unseren Gemeinden, viele von sogenannten Christen in diese Art von Traditionen reingefallen. Vers 3, er aber antwortete und sprach zu ihnen, und ihr, warum übertretet ihr Elohims Gebot aufgrund eurer Tradition? Könnt ihr euch vorstellen, liebe Geschwister? Viele sogenannte Christen legen so viel Wert auf ihre Traditionen, auf ihre Gemeinde, ihre eigene Gruppe, ihre Vereine, ihre, keine Ahnung, Versammlungen, aber übertreten Elohims Gebot. Die übertreten Elohims Gebot aufgrund ihrer Tradition. Vers 4, denn Elohim hat befohlen und gesagt, Ehre den Vater und die Mutter und wer Vater oder Mutter flucht, soll durch Tod umkommen, aber was haben sie gemacht? Die haben diese Vers komplett umgebaut, komplett umgesteckt. Habt ihr gesehen, wie es gibt bestimmte Christen, sogenannte Christen, dürfen nicht heiraten? Die dürfen nicht heiraten, das ist eine Tradition, wenn sie Priester werden, dann dürfen sie nicht heiraten. Kein Wunder, dass man so Skandalen überall und sowas hört. Wer hat das gesagt? Das ist Tradition dort. Kein Wunder. Joshua ruft alle Menschen zu sich, ihm zu folgen und darum sagen wir heute zurück zum Wort. zurück zu Joshua zurück zu Jesus Joshua will eine persönliche Beziehung mit dir aufbauen nicht mit deiner Gemeinde nicht mit deiner Gruppe Joshua will dein Herz er will uns retten die Rettung ist gekommen die Bibel sagt dass es keinen anderen Namen gibt keinen anderen Namen in dem wir gerettet werden es gibt keine andere es gibt keinen anderen Weg jungen aber wir haben durch alle unsere verschiedenen Traditionen da andere Wege gefunden und wir erstellen uns eine andere Joshua eine andere Jesus ein Jesus der irgendwie wenn er spricht er ist dieser Jesus ist also für die Bedürfnisse von den Leuten oh nein dieser Jesus gefällt mir nicht weil er spricht also gegen meine Gefühle er spricht gegen meine Sachen also die Dinge die ich gerne tue ist das glaubt ihr dass es Joshua ist die bibel sagt also dass wir das ist so eine wie sagt man dass eine harte zeit kommen wird wo die menschen einfach die gesünd diese gesunde lehre nicht mehr folgen werden die werden sich also irgendwie andere lehrer finden nehmen wir mal die bibel mir ist lieber ich lese das also zweite timotheus ich will uns also bloß ermutigen liebe geschwister ermutigen nur joshua maschia zu folgen keine andere gruppe menschen oder nein das wort zweite timotheus kapitel 4 ab vers 1 ich bezeuge darum vor elohim und dem herrn maschia joshua der im begriff ist lebendige und tote zu richten und bei seinem erscheinen und und seinem königreich liebe geschwister diese joshua er wird lebendige und tote richten vers 2 predige das wort sei anwesend in gelegener und ungelegener zeit dadle weise scharf zurecht ermahne mit aller langmut und lehre liebe geschwister unser herr sagt uns dass wir die möglichkeiten die die gelegenheit immer wieder ausnutzen sollen um das wort weiter zu geben alleluja sei anwesend in gelegen und ungelegene zeit wir sollen das wort predigen das wort weiter geben dass die menschen sagen hey zurück zu joshua geh zum herrn geh zu joshua einfach das evangelium diese frohe botschaft weitergeben und vers 3 warum müssen wir das tun warum die leute müssen die leute sollen einfach eine andere stimme eine stimme hören denn es wird eine zeit geben in der sie die gesunde lehre nicht ertragen sondern nach ihren eigenen begierden lehrer aufhäufen werden die ihnen die ohren kitzeln ja prediger leute die einfach predigen was sie wollen was sie erwarten was sie ertragen was sie begierden ihre begierden liebe geschwister oh komm zu joshua komm zu jesus dann bist du reich dann wirst du heiraten oh komm zu joshua dann wirst du ein haus haben komm zu jesus dann wirst du so 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 aber joshua sagt komm zu mir und dann wirst du von der sünde gerettet wirst du von dem tod gerettet und dann wirst du ewiges leben bei mir haben leg einfach dein leben beiseite leg das ab und nimm mein leben das ist was joshua sagt die bibel sagt die werden das nicht mehr ertragen die gesunde lehre die lehre die gesund macht gute nahrung diese nahrung wollen sie nicht die holen sich also einfach eigenen begierden lehre die sind einfach nach ihrer begierden und sie werden tatsächlich das ohr von der wahrheit abwenden um sich den fabel zu wenden darum sagen wir zurück zum wort zurück zum evangelium zurück zu dieser gesünder gesunde lehre zurück zu joshua maschia allein hast du schon mal deine gemeinde mit dem wort des herrn verglichen hast du deine dein hauskreis mit dem wort des herrn verglichen wenn überhaupt ist joshua maschia die zentrale figur zentrale person eure treffen oder seid ihr mit anderen sachen beschäftigt unser herr sagt komm komm zurück und sei ein christ ein christ nach der definition fest 5 du aber sei nüchtern in allem ertrage leid das heißt es wird leid tun ertrage leid tu das werk eines evangelisten vollbringe deinen dienst halleluja halleluja wenn du erwartest also dass die menschen die gesunde lehre annehmen werden dann wirst du einfach die leute mit also erzählen also was sie hören wollen joshua ich bete für die gemeinde deutschland ich bete herr dass deine wahre ich bete für die wahre kinder deine wahre kinder einfach aufwecken dass wir dass die wahre kinder des herrn aufstehen und eine feste beziehung nur mit joshua maschia aufbauen herr herr ich bete für die erweckung in deutschland ich bete für die erweckung in österreich in der schweiz in ganz europa ich bete herr dass du dein volk aufweckt zurückkehrt sich von alle diese traditionen der menschen befreit und nur zu dir rennt joshua herr komm und rette deine gemeinde im namen joshua maschia ich danke dir joshua für alles was du tust halleluja danke herr amen amen